An einem Tag gibt es Stimulus-Optimismus, dann steigen die Märkte, später gibt es dann meistens wieder Stimulus-Pessimismus, dann fallen die Märkte in der Summe, haben wir allerdings einen Seitwärtsmarkt ohne klare Tendenz und man wartet jetzt auf einen Ausbruch, auf eine Ausbruchsbewegung aus eben dieser Seitwärts-Range, aber solange wir keine Klarheit haben über diesen Stimulus, ja oder nein, umso länger müssen wir auch auf diese Ausbruchsbewegung warten, vielleicht bis zu den US-Wahlen, wir werden sehen, Nancy Pelosi jedenfalls hat ihre Deadline, die ja gestern eigentlich enden sollte, kassiert und dementsprechend ist man jetzt wieder hoffnungsvoll und die europäischen Märkte, hier eine Schlagzeile von CNBC, dürften etwas höher öffnen, weil man eben wieder Stimulus-Optimismus hat, schauen wir uns mal an, was da konkret passiert ist, wieder gestern ein Hin und Her, zunächst mal haben die ja miteinander gesprochen, Pelosi und Mnuchin, und man sei jetzt seinem Agreement wieder etwas näher gekommen, sagte eine Sprecherin von Pelosi, jetzt will man heute die Gespräche fortsetzen, wahrscheinlich bis zum Wochenende die Gespräche fortsetzen, wahrscheinlich bis zur Wahl die Gespräche fortsetzen am 3. November, aber je näher wir dieser US-Wahl kommen, umso unwahrscheinlicher nach meiner Auffassung eine Einigung. Das Weiße Haus interessanterweise, so hat Meadows jetzt gesagt, der Chef des Weißen Hauses, sei bei einem Angebot jetzt von 1,8 Billionen, das ist ja eigentlich weniger als Donald Trump wollte, Donald Trump hat ja gesagt, wir müssen mehr machen, ich will mehr, aber es ist der offenkundig eben schwierig, das durchzukriegen seitens der Republikaner oder innerhalb der Republikaner, Goldman Sachs jedenfalls, wie sie hier an dieser Schlagzeile erkennen, sagt, also aus unserer Sicht wird das nichts und da bin ich ziemlich eng bei Goldman Sachs, weil alles, was man jetzt tut, kann sozusagen für die eigene Partei gefährlich werden, für den anderen günstig sein, deswegen dürfte dieser Clinch weitergehen, dürfte das weitergehen, was hier schon länger der Fall ist, nämlich, dass man wie ein Esel hinter einer Karotte herläuft seitens der Märkte. Hier, Pelosi hat gestern dann übrigens gesagt, wir haben jetzt mehr Klarheit gewonnen und mehr gemeinsamen Grund gefunden, einen Boden gefunden, die Deadline hat uns jetzt ermöglicht, dass wir zu Entscheidungen kommen, naja, bisher sind ja keine Entscheidungen wirklich getroffen worden, sondern sind nach wie vor irgendwelche windelweichende Dinge. Hier sehen wir jedenfalls, dass die Dinge wahrscheinlich schwieriger sind als offiziell gesagt. Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im US-Senat, hat dann gewarnt davor, dass praktisch Nancy Pelosi hier nicht mit richtigen Karten spielt, mit gezinkten Kartenspiele, sie wollen die Republikaner reinlegen, deswegen hat er eben die Republikaner im Senat gewarnt, ein solches Paket, wenn es zu einer Einigung käme, durchzuwinken. Das heißt, wir sehen hier wahnsinnige Widerstände, der Senat hat es bisher nicht geschafft, irgendwas abzunicken, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber die Märkte wollen eben diese Hoffnung haben. Das hat gestern diese Meldung hier über Mitch McConnell, hat dann nochmal zu einem deutlichen Rücksetzer bei den Aktienmärkten geführt und hier zwei Cartoons, die zeigen, was der Fall ist. Der Esel läuft hinter der Karotte her und die Karotte bleibt und bleibt und bleibt. Trotz Deadline geht sie nicht weg. Es ist ein permanentes Nancy Steven, nämlich Nancy Pelosi und Steven Mnuchin. Also es ist schon ein Trauerspiel, wenn man so will. Und die Aktienmärkte, das ist diese intakte Seitwärtsbewegung, von der ich sprach. Wir sind eigentlich in einem intakten Abwärtstrendkanal, seitdem wir das hoch gesehen haben, bei 3500, was weiß, glaube ich, so um die 70, 80, was wir im S&P 500 hatten. Wir haben die untere Begrenzung dieses Abwärtstrendkanals getestet, waren dann im RSI, wie Sie hier oben sehen, etwas überverkauft. Jetzt sind wir wieder ein bisschen in Richtung der Trendlinie unterwegs. Die obere Begrenzung, die passiert derzeit oder verläuft derzeit bei 3480 Punkten. Also da ist schon noch Platz, ohne dass wir aus diesem Abwärtstrendkanal ausbrechen. Aber es ist in der Summe eben ein Seitwärtsmarkt ohne wirklich klare Richtung, solange wir nicht Klarheit haben über Stimmonos oder über die Lage in den USA nach den Wahlen. Wir haben etwas mehr Klarheit in Sachen Anleihenmärkte. Hier sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe und die steigt auf den höchsten Stand seit Juni diesen Jahres bei 0,82%. Ja, nach wie vor nicht viel, aber wir scheinen da einen Boden auszubilden jetzt. Das heißt, wir könnten bald höhere Renditen für Staatsanleihen sehen. Und wir sehen, dass, das heißt mit anderen Worten, dass die Kurse von Staatsanleihen fallen, dann steigen die Renditen und umgekehrt. Und hier sehen wir mal historisch gesehen ein längeres Bild über diese Renditen. Dann haben wir eine sehr, sehr klare Abwärtstendenz. Möglicherweise aber jetzt eben erst mal einen Boden gefunden bei diesen Staatsanleihenrenditen. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, denn steigende Renditen wären dann perspektivisch auch eine Konkurrenz für die Aktienmärkte. Wenn ich wieder ordentliche, zumindest akzeptable Renditen am Anleihenmarkt bekomme, dann ist das für viele durchaus eine Alternative eben zu den Aktienmärkten. Es gibt ja diesen Spruch, there is no alternative, Tina. Aber das wäre dann eben durchaus eine Alternative, wenn diese Entwicklung so weitergehen würde. Wir hatten gestern die Solenfund, die Netflix enttäuschend, die Aktie um und bei 6% im Minus enttäuschend, weil eben das Nutzerwachstum nicht mehr so da ist. Das hat man offenkundig schon eben zu Beginn der Corona-Krise verfrühstückt. Da hat man eben wahnsinnig viele Neuanmeldungen gehabt, hat gute Zahlen gehabt. Aber jetzt wird sich das eben wieder normalisieren. Jetzt flacht die Kurve ab. Man hat also ein Stück weit im Frühjahr schon das verfrühstückt, was eigentlich an Potenzial da ist. Das gilt ja für uns allgemein. Wir verfrühstücken jetzt schon die Segnungen der Zukunft. Das wird dann für unsere Nachkommen und Söhne und Kinder ein kleines Problemchen werden, weil wir uns den Bauch vorgeschlagen haben, wird es dann da etwas weniger geben. Aber wir sehen, dass hier die Berichtssaison in den USA jetzt ins Laufen kommt. Netflix jedenfalls war tendenziell eine Enttäuschung. Schauen wir uns nochmal die Corona-Zahlen an. Da sehen wir hier Europa mit einer steilen oder Westeuropa mit einer steilen Kurve nach oben. Heute in Deutschland über 7.000 wieder. Ich glaube 7.500, aber Tschechien, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien vor allem. Das sind die Spitzenreiter hier in dieser Statistik. Das sieht nicht so richtig gut aus. Wir sehen hier im mittleren Westen in den USA, in den USA steigen die Zahlen auch, aber es ist vor allem im mittleren Westen Illinois, Kentucky, Michigan, Montana, North Dakota, Ohio, South Dakota, Utah, Wisconsin und Wyoming. Die haben 7-Tages-Rekorde, also im gleichen 7-Tages-Durchschnitt neue Rekorde erzielt. Also es trifft jetzt den mittleren Westen. Es trifft also vor allem die Gegenden, wo Trump durchaus sehr populär ist. Das ist ein interessanter Punkt und wir haben insgesamt, wenn wir jetzt über die US-Wahl sprechen, ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Early Votes. Man kann in vielen Bundesstaaten in den USA ja schon vorher wählen, sowieso per Briefwahl, aber teilweise auch in Wahllokalen. Es gibt immer wieder Bilder von langen Schlangen vor diesen Wahllokalen und wir sehen, dass wir jetzt schon sehr, sehr beachtliche Zahlen haben von Menschen, die ihre Stimme abgegeben haben. In Texas zum Beispiel sind es schon mehr als die Hälfte, als es in 2016 insgesamt waren. Wir sehen auch, New York ist da mit 39 Prozent dabei. Insgesamt sind wir 14 Tage vor der Wahl oder knapp 14 Tage vor der Wahl, haben wir jetzt mehr als ein Viertel der Wähler, die schon hier Early Votes gemacht haben. Jetzt mal nicht mitgezählt die Briefwähler, da haben auch schon 39 Millionen gewählt. Also wir sehen, das ist durchaus so, dass jetzt hier schon sehr, sehr viel Potenzial abgerufen wurde. Die Motivation ist da, hier zu wählen. Das ist anders als 2016. Nach meiner Auffassung ist das eher etwas, was für die Demokraten spricht bei dieser Wahl. Man steckt nicht drin. Es ist schwer zu beurteilen, aber es wird auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte. Das ist schon mal klar und für die Aktienmärkte heißt das abwarten, abwarten auf den Stimmungs, abwarten auf die US-Wahl. Und solange wir hier irgendwie nicht Klarheit bekommen, dürfte die Seitwärtsbewegung erstmal weitergehen. So ist meine Vermutung. Schauen wir mal, wie die Berichtssaison läuft. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesem Mittwoch und sage Servus und Ciao.